Kantadi Asana, die Stellung des Meisters Kantadi. Kantadi wird im ersten Kapitel Vers 6 der Hatha-Yoga Pradibhika erwähnt, als einer der Hatha-Yoga-Gurus, die durch Hatha-Yoga zum Siddha, zum Vervollkommenen geworden sind. Hier die Technik von Kantadi Asana und Judith zeigt, wie es geht. Stehe mit den Füßen etwas auseinander, dann beuge deine Knie, gib dabei die Knie leicht nach außen. Halte dabei einen rechten Winkel zwischen Oberschenkel und Unterschenkel. Dann gib die Handflächen vor dem Brustkorb zusammen. Halte diese Stellung und lächle. Kantadi Asana ist eine Variation von Utkatasana und ist eine Stellung, um Oberschenkel und Gesäßmuskeln zu stärken. Dann kommt sie an. Vielen Dank.